Henslers schnelle Nummer. Heute zeigen wir euch, wie mache ich richtig Tomatenkonkassé. Heißt, wie kann ich richtig schälen, die Haut abziehen, wie schneidet meine Tomate richtig? Und wer könnte das besser erklären und zeigen als unser Küchenlexikon Tobias Frerx. Ganz viel Spaß! Ich zeige euch heute, wie man das perfekte Tomatenkonkassé macht. Tomatenkonkassé ist im Grunde genommen nur das Tomatenfleisch ohne das Kerngehäuse drin und ohne die Schale und ohne den Strunk. Und zwar braucht ihr einen Topf mit Wasser. Das Wasser muss richtig blubbern. Kein Salz dran machen, ganz wichtig. So, dann mit einem kleinen Spitzenmesser hier den Stielansatz oder den Strunk von den Tomaten entfernen. Zack. Ruhig, richtig tief. Und dann hier oben. Fünf Millimeter tief einschneiden, über Kreuz. An der Blütenseite sozusagen. Dann wirklich das Wasser kochen wie Wäsche. Es geht darum, dass wir ganz kurz bluschieren. ist immer kurz in heiße Flüssigkeit geben und danach abschrecken. Weil wir wollen im Grunde genommen nur, dass wir die Haut abziehen können. Wir wollen die Tomate nicht garen. Und danach abschrecken, den kalten Wasser, damit der Garprozess wieder unterbrochen wird. Also. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Elf Sekunden. Zack. Die Tomaten jetzt hier rüber. So, den Topf können wir ausstellen. Dass einfach der Garprozess schnell unterbrochen wird. Und jetzt sieht man das. Durch die Temperaturunterschiede ist es jetzt hier so ein bisschen aufgebrochen und aufgeplatzt. Ganz kurz noch so. Jetzt kann man die Haut perfekt abziehen. Und eigentlich im Grunde genommen von beiden Seiten. Wenn man das zu lange drin lässt, dann wird das Tomatenfruchtfleisch matschig. Und man pellt dann quasi oder zieht im Grunde genommen einen ganzen großen Teil von dem Tomatenfruchtfleisch ab. Ich merke das jetzt gerade, wenn man jetzt so rauf geht. Das ist jetzt sogar noch leicht warm. Das heißt, wir können das nochmal hier reinlegen. Noch idealerweise könnte man nur, wenn man jetzt so zwei Tomaten hat und das ganz schnell macht, noch idealerweise könnte man sogar Eis ins Wasser rein tun. So, die lag ein bisschen länger drin. Das ist optimal. Und denkt aber dran, wichtig ist, ihr braucht reife Tomaten. Wenn du eine Tomate hast, die eigentlich im Grunde genommen so orange ist und innen drin noch halbwegs grün, dann kannst du manchmal eine Minute die Tomate bloschieren oder kochen, dann geht die haut trotzdem nicht richtig ab und die Tomate ist matschig. Also wichtig, am besten geht das mit reifen Tomaten. Natürlich sollten die auch nicht matschig sein. So, also. Jetzt haben wir hier zwei Tomaten. Tomaten. Die werden wir erst halbieren und dann vierteln. So. Und jetzt sieht man hier drin das Kerngehäuse. Also die Tomatenkerne mit dem Wasser im Grunde genommen oder dem, was den höchsten Wasseranteil hat. So, das kann man mit einem kleinen Messer rausnehmen und dann hier so rauskratzen. Und dann hat man so richtig schöne Tomatenfilets. Ja, was kann man damit anstellen? Also im Grunde genommen immer wenn du Tomate willst und du willst so eine feine Säure und Tomate einfach benutzen für Salate, für ein Tomatendressing, wo du klein gewürfelte Tomatenkonkas hier drin haben willst oder einfach um Gerichte damit zu verfeinern für Salate. Wenn du zum Beispiel von mir aus einen Schnitzel füllen möchtest, dann kann man sowas auch nehmen, damit dann nicht die Feuchtigkeit ausläuft. So. Dann kann man hier einfach das in Streifen schneiden, wenn man jetzt Streifen haben wollte und diese Streifen kann man dann fein würfeln und das nennt sich dann feines Tomatenkonkas hier zum Beispiel als Suppeneinlage in eine klare Tomatenbrühe oder so. Man kann sowas auch so ein bisschen drüber schneiden oder sowas als leicht angetrockene Tomate als Antipasti machen, dass man das ein bisschen Obstsalat mariniert mit bisschen Olivenöl, paar gehackten Kräutern, Salz, Pfeffer und auf dem Backblech so für eine halbe Stunde in den Ofen gibt bei 200 Grad und dann konzentriert sich der Tomatengeschmack, die Feuchtigkeit verdunstet. Also sowas ist Tomatenkonkas hier. Das war Hensslers schnelle Nummer. Noch mehr Infos findet ihr unter hensslers-schnelle-nummer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rossi